Heute mal ein Video aus brandaktuellem Anlass. Ich bin der Callsetter-Crusher und es geht um die Betrügerplattform blognox.net. Nicht um die reale Blognox GmbH, die auch bei der BaFin gelistet ist. Die echte Blognox GmbH ist zugelassen als Kryptoverwahrgeschäft nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 des Kreditwesengesetzes KWG. Die Betrugsplattform blognox.net bietet aber ganz andere Dienstleistungen an, wie z.B. den Handel mit Kryptowährungen. Wie immer mit den klassischen Summen von 250, 500 oder 1000 Euro. Im ersten Anruf meinte man, ich hätte bereits investiert, obwohl mir die Plattform völlig unbekannt war. Nach dem Intro geht's los mit dem ersten Anruf. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Hermann am Vorrat. Ich kontaktiere Sie, weil Sie für eine Weile auf unserer Handelsplattform investiert haben. Man konnte die Leute nie wieder erreichen. Hermann? Genau. Ja. Und was wollen Sie jetzt? Ich müsste nur noch ein Portfolio für Sie anfertigen und dann würde Sie der Finanzanalytiker kontaktieren. Sie konnten sie einfach nur nie erreichen. Verstehen Sie? Ja, ich weiß ja noch nicht mal, von welcher Webseite her die anrufen. Welche Firma ist denn Ihre Firma? Blognox. Wie? Blognox. Sagt mir gar nichts. Okay, weil Sie haben bei uns am 14.07. gegen 11.26. haben Sie eine Investition getätigt. Da habe ich eine Investition getätigt? In welcher Höhe? Ja. Das kann ich überhaupt nicht nachschauen. Warum nicht? Weil ich bin nicht dafür zuständig. Okay, dann geben Sie mir mal den, der dafür zuständig ist. Ja, alles klar. Ich gehe mal nachfragen. Hallo. Einen Moment bitte. Ich rufe Sie gleich nochmal an, weil die meisten sind gerade in der Pause. Ich werde mich schlau machen und Sie dann informieren. Ist okay? Ja, gut. Wen wollten Sie eigentlich sprechen? Wie meinten Sie das? Wen Sie sprechen wollten? Ah, Jochen Steckmühle. Ja, den gibt es ja. Das bin ich. Nein, wie gesagt, man konnte sie halt einfach nur lange nicht erreichen. Und ich werde mich jetzt schlau machen und werde Ihnen dann Bescheid geben, weil ich ging davon aus, dass Sie eigenständig wissen, wie viel Sie investiert haben, wann Sie investiert haben und so hin. Ja, Ihre Seite, die ist mir völlig unbekannt, was Sie gesagt haben. Aber wenn ich da investiert habe, dann bin ich ja mal gespannt. Alles klar. Was ist daran lustig? Ich werde mich gleich... Nein, ich habe einfach nur gute Laune. Das sollte ich... Ja, warum? Hm. Na ja, gut. Nein, nein, alles klar. Wie gesagt, ich werde mich jetzt schlau machen und Sie dann nochmal kontaktieren. Ja, okay. Alles klar. Bis gleich. Bis dann. Natürlich hatte der nette Betrüger nicht nochmal angerufen. So richtig verstehe ich nicht, was der Grund des Anrufs war. Fakt ist, ich hatte mich auf deren Webseite weder registriert, noch hatte ich investiert. Folglich hatte die meinen Datensatz illegal gekauft. Später kommt dieser erste Anruf noch einmal zur Sprache. Ich habe dann ein wenig recherchiert und weiß, dass deren Plattform erst am 30.06.2023 registriert wurde und das Erteildatum der Registrierung bei der BaFin war schon viel früher, nämlich am 27.03.2023. Jedenfalls haben die mich neugierig gemacht und ich habe mich unter einem anderen Namen dort registriert und ein wenig mit denen gespielt und sogar eine Fake-Überweisung getätigt. Nun das Spiel mit den drei Anrufen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Spreche ich mit Herrn Werner Blümer? Das ist richtig, ja. Sehr angenehm. Mein Name ist Alexandra Lehmann. Ich bin Accountmanagerin von Blocknox. Ich rufe hier anbezüglich Ihrer Meldung bei uns für das Trading. Ja, Sie haben sich über unsere Erwerbung registriert. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Sehr gut. Herr Blümer, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung? Nee, habe ich nicht. Ich habe mich nur mal so ein bisschen umgesehen, weil ich ein bisschen Geld aus meiner Firma rausziehen wollte, um dann vielleicht noch ein bisschen Gewinn zu machen. Sehr gut. Und meine Aufgabe besteht darin, Ihnen bei der Aktivierung Ihres Handelskontos zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten, wenn Sie welche haben. Ja, so, und ich möchte gerne sagen, dass wir bieten für unser Kundenangebot, das ist 70 Euro Bonus, zwei Wochen Probezeit und, ja, aber Sie müssen Ihr Handelskonto mit einmaliges Betrag aktivieren. Das wird Ihr Gut haben. Das ist 250 Euro. Ja. So, und 70 Euro, das ist ein Bonus als Willkommendes geschenkt. Sie werden zusammen mit Finanzberater arbeiten und danach können Sie auch Roboter künstliche Intelligenz runterladen. Dann Roboter wird tradet für Sie automatisch. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich überweise Ihnen mein Geld und Sie traden für mich, weil ich habe wenig Zeit, ich bin berufstätig, ich bin Leiter einer Firma. Ja. Okay, Herr Brümer, aber schauen Sie mal, Sie können natürlich, Sie können Ebt runterladen. Einmal pro Tag, Sie können Gewinn abheben, selbst. Nee, ich will ja nicht einmal am Tag, ich will ja ein bisschen langfristiger was machen. Ach so. Ich möchte im Prinzip nur, ich überweise Ihnen mein Geld und Sie vermehren mein Geld im Prinzip. So habe ich mir das gedacht. Ist das bei Ihnen möglich? Ach so. Das ist möglich, aber auf jeden Fall, wir müssen zusammen, wir müssen auch zeigen, wie geht mit Roboter System, mit künstlicher Intelligenz. Sie müssen App runterladen auf Ihr Handy oder möchten Sie mit PC arbeiten? Ja, ich würde, aber ich muss ja nicht, ich will ja gar nichts selber machen. Ja. Ja. Natürlich, Sie können das machen und ich schicke gleich Zugangsdaten. Hier steht Ihr E-Mail-Adresse, ich buchstabiere, ja. Das ist Ihr E-Mail-Adresse. Das ist richtig, ja. Gut. Ihr schicke gleich Zugangsdaten, ja. Ja. Und dann können Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Sie können Einzahlung mit Visa-Card, Mastercard oder Online-Banking. Ich schicke auch Online-Banking, sobald Ihr Geld auf Ihr Handelskonto gutgeschrieben wird, wird Ihr Handelskonto aktiviert. Ja, gut, aber ich möchte, ich will ja hier nicht irgendwelche, ich möchte einfach nur Ihnen mein Geld überweisen und dass Sie mein Geld vermehren. Ich möchte nicht selber handeln. Ich möchte nicht selber, ja, haben Sie jemanden, der das für mich machen kann oder gibt es die Möglichkeit nicht? Ja, wir können das machen, kein Problem. Aber wir müssen auch im Kontakt bleiben. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nein, habe ich nicht. Ich benutze kein WhatsApp. Das ist für Firmen nicht möglich, WhatsApp zu benutzen wegen dem Datenschutzgesetz. Okay, Herr Brümer, das ist kein Problem. Aber ich schicke gleich Zugangsdaten auf Ihre Mail. Sie müssen einbogen auf Finanzplattform, einfach Einzahlung machen und danach, ja, danach schicken Sie bitte Screenshot als Bestätigung. Ich muss weiter zur Finanzabteilung leiten. Dann müssen wir Termin mit Finanzberater vereinbaren und Portfolio machen. Ja, gut, das können wir ja machen. Das ist ja kein Problem. Okay, gut. Dann ich schicke gleich, erwarten Sie bitte Brief von mir und ich rufe Sie in 10 Minuten schon wieder auf. Ja, Augenblick. Ich wollte ja erst mal wissen, was kann ich denn bei Ihnen überhaupt verdienen? Welche Möglichkeiten haben wir denn? Also das hängt von dem Preis auf dem Finanzmarkt. Ja, und es gibt verschiedene Preise. Der Bitcoin-Preis steigt sehr hoch diese Woche. Es gibt Möglichkeit, ab 550 passives Einkommen zu haben. Was bitte? Ab 550? Was? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also wie viel Prozent kann ich gewinnen im Prinzip im Monat? Also, was meinen Sie Prozent? Wie viel Prozent meiner Einlage kann ich dann generieren? Zehn Prozent. Zehn Prozent, ja. Oh, zehn Prozent? Und wir nehmen zwei Prozent. Genau. Ja, einen Augenblick. Nein, ich habe gefragt, wie viel kann ich in einem Monat generieren an Einkommen? In wie viel Prozent? Also, das erklärt unser Finanzberater. Ich bin Accountmanagerin und ich helfe bei der Aktivierung. Herr Brümer. Ja gut, aber ich möchte ja bitte erst mal wissen, was ich überhaupt an Geld verdienen kann, bevor ich irgendwas mache. Na, zum Beispiel. Sie kaufen Aktien oder Bitcoin, dann können Sie, das gibt es unterschiedlich. Das hängt vom Preis. Der Preis sinkt und steigt. Ja, aber der Prozentsatz, der muss doch gleich sein. Der Durchschnittsgewinn. Wie viel Durchschnittsgewinn machen die? Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Lassen Sie mich doch einfach bitte, lassen Sie mich doch bitte einmal ausreden. Sie fallen mir permanent ins Wort. Ja, ja, ich habe verstanden. Herr Brümer, warten Sie kurz, ich rufe Sie fünf Minuten, okay? Gut. Hallo? Ja, hallo, Herr Brümer. Ja. Also schauen Sie mal, Sie bekommen 25% vor Gewinn. Die Summe zum Beispiel. Sie müssen 2000 Euro investieren, als Beispiel. Und Sie gewinnen 25% von der Summe, welche Sie gewinnen. Also ich gewinne 25% im Monat oder in welchem Zeitraum? Ja, das pro Monat, genau. 25%? Im ersten Monat, im ersten, ja genau, im ersten Monat. Ja gut, okay, das geht ja, das ist in Ordnung, gut, okay. Oh, ja, die machen wir, also ich schicke gleich Link von unserer Finanzplattform, dann in Zugangsdaten und unsere Bank, dann können Sie... Ihre Waspid, das war nicht zu verstehen, das letzte. Online-Bank, Bankverbindung. Ja genau, eine Bankverbindung, genau. Weil ich würde das normalerweise immer vom Firmenkonto überweisen. So, möchten Sie mit dieser Karte oder... Ich sagte doch gerade, ich hatte doch gesagt, ich würde es überweisen, eine SEPA-Überweisung. Achso, okay. Ah, SEPA-Überweisung, okay, kein Problem. Und, äh, welche, ja, und welche, welche Summen sind da möglich bei Ihnen, die ich überweisen kann? Mindigbetrag ist, äh, 250 Euro. Hm, das ist gut, dann kann ich, äh, das ist, Sie sagten irgendwas von einem Test, das gilt natürlich dann auch für mich. Ich möchte ja Sie dann erstmal testen. Wie viel Geld Sie aus den 250 Euro machen können? Wenn ich dann schon Geld aus meiner, wenn ich dann schon Geld aus meiner Firma abziehe, um da ein bisschen Gewinner abzuschöpfen, würde ich gerne, äh, einen, einen Testzeitraum machen und melde mich dann, ähm, das nächste Mal Kontakt würden wir dann zum Beispiel, äh, nach vier Wochen haben. Und dann werden wir sehen, äh, was daraus wird, weil, äh, eventuell mache ich dann noch mehr, aber das muss, das richtet sich danach, wie gut Sie arbeiten können. Wie gut Sie aus 250 Euro mehr Geld machen können. Weil aus viel Geld kann man einfach mehr Geld machen, aber aus wenig Geld, das ist die Kunst. Und wenn Sie gut arbeiten, ja, also wenn Sie gut arbeiten und aus 250 ordentlich Gewinn machen können, dann ist das gut, dann bin ich gern bereit, noch mehr zu investieren, aber ich muss Sie natürlich auch erstmal testen, was Sie aus 250 Euro machen können. Das auch jeden Fall, natürlich. Also Sie müssen es erst testen, deswegen, es gibt zwei Wochen Probezeit, ja. Na gut, aber ich möchte ja erstmal, äh, nach vier Wochen sehen zum Beispiel, ob Sie Ihr Ziel von 25 erreichen oder drüber. Ja. Weil erst dann werde ich mehr investieren. Ich hatte so, weiß ich nicht, war zwischen 10.000 und 15.000 Euro gedacht, wenn Sie gut arbeiten. Ja, äh, schauen Sie mal, ich möchte gern auch was erklären, Frau Brümer, ich bin Accountmanagerin. Ich, äh, helfe unseren Kunden, ihr Account aktivieren, ja. Alle weitere Fragen, Sie müssen mit unserem Finanzberater besprechen. Das ist ja kein Problem. Ja? Okay, gut. Genau. Ich schicke gleich, äh, können Sie bitte jetzt Posteingang berufen? Ja, habe ich auf, ja. Gut, ich schicke gleich, äh, die Linken von Zugangstaten und Bankverbindung. Genau. Prüfen Sie bitte, ob Sie, die Sie haben, das bekommt. Ja, bis jetzt ist noch nichts da. Noch nichts, okay. Jetzt warten Sie kurz. Ich habe gewendet. Können Sie bitte prüfen? Ja. Jetzt haben wir hier was. Alexandra Lehmann. Das sind Sie? Ja, genau. Das sind Sie. Das sind Sie. Das sind Sie, genau. Ja, okay. Zugangsdaten habe ich bekommen. Fehlt jetzt nur noch die Bankverbindung. Ja, genau. Also die Bankverbindung können Sie selbst Beweisung oder, also, wie Sie möchten, können Sie sofort Beweisung machen. Ja, das gebe ich an meine Buchhaltung, die macht das dann. Ja, okay. Ja, einmal leer ist angekommen. Ja, ich einschicke und das war, äh, das war Zufall. Mhm. So, jetzt habe ich gesehen, der kann ich den Posteingang prüfen. Ja, ich klicke doch mal. Jetzt ist was gekommen. Okay, ja. Nach erfolgreicher Einzahlung, äh, können Sie bitte einen Screenshot machen, also Bestätigung. Danach machen wir, äh, danach machen wir, äh, ein Portfolio und wir müssen auch Termin mit Finanzberater, äh, vereinbaren. Ja, das ist kein Problem. Ich schicke Ihnen dann einen Screenshot oder vielmehr lasse ich von der, von der Buchhaltung den Screenshot schicken. Gut. Kein Problem. Und dann melden Sie sich wieder. Genau. Ja, dann, äh, melde ich schon wieder, also, ähm, sagen Sie bitte, um wieviel Uhr, äh, ungefähr, möchten Sie eine Einzahlung machen, dann, äh, müssen wir weitersprechen. Ich muss, äh, ja, ich muss das in die Buchhaltung geben. Die haben ja noch andere Dinge zu tun bei mir in der Buchhaltung in der Firma. Das weiß ich nicht genau, wann die das, ich gebe es direkt, ich gebe das jetzt direkt weiter und das wird sicherlich, denke ich mal, relativ schnell passieren. Okay, gut, äh, dann, äh, machen wir folgendes. Sobald ich, äh, wir bekommen, ähm, also Einzahlung, Screenshot von Einzahlung, dann bekommen Sie einen Anruf, ja, und, äh, dann sprechen Sie weiter. Ja. Ist das gut, Herr Brümer? So ist das gut, okay. Sehr okay, alles klein. Entschuldigung, äh, war heute ein bisschen strechig, weil es gibt viele Kunden, ich muss hier und her. Deswegen, ich kann nicht sofort auf Ihre Fragen zu beantworten. Ich habe auch technische Abteilung nachgefragt. Sie haben, äh, natürlich genau gesagt, dass 25 Prozent ja, ja, von mir. Mmh, okay, prima. Gut. Okay, alles klar. Dann gebe ich das jetzt weiter. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Danke. Wiederhören. Hallo. Hallo. Hallo, wer ist da? Ja, hallo. Guten Tag. Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Alexandra Lehmann. Wir haben heute schon gesprochen. Ja, Sie haben Überweisung gemacht. Ist das richtig? Ja, richtig. Okay, gut. Herr Brümer, ich möchte gerne fragen. Haben Sie Zeit für das Gespräch? Ich bedanke mich. Überweisung prüfen wir. Ich möchte gerne fragen. Haben Sie Zeit, wir müssen ein Portfolio machen? Ja, schon. Gut. Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? 57. 57 Jahre alt. Sie haben schon mit unseren Kollegen gesprochen. Herr Christian Herrmann. Richtig? Äh, weiß ich nicht. Er sagt, ich muss einen schönen Gruß stellen. Alles gut. Aber dass es keine echte Überweisung ist. Ja? Herr Brümer. Bitte, was ist das nicht? Dass es keine echte Überweisung ist. Warum das nicht? Weil wir haben gleich geprüft, das ist Quatsch. Was ist Quatsch? Wir haben Papiere mit Ziffern. Wir haben Papiere mit Ziffern gesendet. Ja, natürlich. Das ist ein Überweisungsbeleg. Ja, haben Sie echte Überweisung gemacht? Natürlich. Echtzeit. Echtzeit, ja? Natürlich. Okay, dann müssen wir, äh, warten Sie kurz. Okay, Herr Brümer, dann wir warten. Wenn, äh, ihr geht auf ihr Handelskonto gutgeschrieben, dann rufe ich zurück, okay? Natürlich. Ja, schönen Tag. Wiederhören. Wiederhören. Bis heute hat die nette Frau Lehmann mit dem slawischen Akzent sich nicht bei mir gemeldet. Die Betrügerseite blognox.net hat auf ihrer Betrügerplattform die Adresse und Daten der echten Blognox GmbH angegeben. Dieses System wird von sehr vielen Betrügern genutzt, weil viele potenzielle Opfer nicht das Wissen haben, wichtige Dinge zu hinterfragen und zu überprüfen. Passt also auf, wenn euch solche Firmen anrufen und falls die euch eine E-Mail senden, überprüft deren Absender ganz genau. Der Kollege Telefonziege wollte am Samstag auch ein Video zu Blognox machen, allerdings weiß ich das heute nicht genau, da ich das Video an einem Dienstag geschnitten habe. Falls ihr das Video bei Ziege noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Euch einen schönen Sonntag und danke, dass ihr dabei wart.